Wir wollen diesen Schilderungen das Bild der Sitten jener wenigen Völker entgegenstellen, welche von dieser ansteckenden Seuche eitler Kenntnisse freigeblieben, durch ihre Tugend ihr eigenes Glück befördert und anderen Nationen zum Muster gedient haben. Von dieser Art waren die ersten Perser, ein außerordentliches Volk, bei welchem man die Tugend lernte, wie man bei uns die Wissenschaften lernt, welches sich Asien mit so leichter Mühe unterwarf und dem ganz allein die Ehre zuteil wurde, dass die Beschreibung seiner Einrichtungen für einen philosophischen Roman gehalten worden ist. Von dieser Art waren dies Güten, von welchen so prächtige Lobsprüche auf uns gekommen sind. Von dieser Art waren die Germanen, deren Einfalt, Unschuld und Tugenden eine Feder mit Vergnügen geschildert hat, welche die Laster und die Abscheulichkeiten eines gelehrten, reichen und wollüstigen Volkes zu schildern müde war. So war selbst Rom gewesen, solange es noch arm und unwissend war. So hat sich schließlich bis auf unsere Zeit jenes bäuerische Volk gezeigt, welches für seinen Mut, der durch keine Not gebrochen, und für seine Treue, welche durch das schlechte Beispiel anderer nicht verdorben werden konnte, so gerühmt wird. Ich wage nicht, von jenen glücklichen Völkern zu sprechen, welche jene Laster, die wir nur mit so vieler Mühe im Zaum erhalten können, nicht einmal dem Namen nachkennen. Von jenen Wilden in Amerika, deren einfache und natürliche Ordnung Montaigne ohne Bedenken nicht allein den Gesetzen des Plato, sondern sogar allem vorzieht, was nur jemals die Philosophie an Vollkommenstem zur Regierung der Völker ersinnen kann. Er führt noch eine Menge anderer Beispiele an, die bei demjenigen, welcher sie bewundern kann, gewiss großen Eindruck machen. Allein, was hilft, sagt er, sie tragen keine Beinkleider. Diese Völker haben den Übungen des Verstandes keineswegs aus Dummheit andere vorgezogen. Sie haben gar wohl gewußt, daß in anderen Gegenden müßige Leute ihr Leben damit verbrachten, über das höchste Gut, über das Laster und über die Tugend zu streiten, und daß stolze Schwätzer sich selbst die größten Lobreden hielten und alle anderen Völker zusammen mit dem verächtlichen Namen der Barbaren belegten. Allein, sie haben die Sitten derselben betrachtet, und gelernt, ihre Gelehrsamkeit zu verschmähen. Könnte ich wohl vergessen, daß im Herzen Griechenlands sich jene Stadt erhoben hat, die sowohl wegen ihrer glücklichen Unwissenheit als auch durch die Weisheit ihrer Gesetze so berühmt ist, diese Republik, deren Bürger mehr Halbgötter als Menschen gewesen, so sehr schienen ihre Tugenden, die menschliche Natur, zu übersteigen. O Sparta, ewiger Schandfleck für eine eitle Gelehrsamkeit! Während sich die Laster, geführt von den schönen Künsten, im Verein in Athen einschlichen, während ein Tyrann da selbst mit so viel Sorgfalt die Werke des Dichterfürsten sammelte, vertriebst du die Künste und Künstler, die Wissenschaften und die Gelehrten aus deinen Mauern. Der Erfolg hat diesen Unterschied gezeigt. Athen wurde der Sitz der Höflichkeit und des guten Geschmackes, der Aufenthalt der Redner und Philosophen. Die Schönheit der Gebäude stimmte mit der Schönheit der Sprache überein. Man erblickte allenthalben Marmor und Leinwand, belebt durch die Hände der geschicktesten Meister. Aus Athen sind jene erstaunlichen Werke gekommen, welche in allen verderbten Zeitaltern als Muster dienen sollten. Das Bild von Lakedämon ist weniger prächtig. Dort, sagten die anderen Völker, werden die Leute tugendhaft geboren und es scheint, als atme man in diesem Land die Tugend mit der Luft selbst ein. Von ihren Einwohnern ist nichts als das Andenken ihrer heldenmütigen Taten übrig. Sollten wir dergleichen Denkmäler nicht ebenso hoch schätzen, als die vortrefflichen Marmorbilder, welche uns Athen hinterlassen hat? Es ist wahr, einige Weise haben sich an dem Aufenthalte der Musen wieder den Strom gestemmt und sich vor dem Laster gehütet. Allein man höre das Urteil, welches der weiseste und unglücklichste unter ihnen über die Gelehrten und Künstler seiner Zeit gefällt hat. Ich habe, spricht er, die Dichter genau betrachtet und halte sie für Leute, deren Geschicklichkeit sowohl sie selbst als auch andere betrügt, die sich für Weise ausgeben, die man dafür hält und die gleichwohl nichts weniger als dieses sind. Von den Dichtern, fährt Sokrates fort, bin ich zu den Künstlern gegangen. Niemand war in den Künsten unerfahrener als ich. Niemand glaubte gewisser als ich, die Künstler müssten sehr schöne Geheimnisse besitzen. Gleichwohl habe ich bemerkt, dass es mit ihnen nicht besser als mit den Dichtern steht und dass die einen wie die anderen einerlei Vorurteil hegen. Sie halten sich für die weisesten Leute, weil die geschicktesten unter ihnen in ihrer Art vortrefflich sind. Diese Einbildung hat ihr Wissen in meinen Augen gänzlich getrübt. So geschah es, dass ich, als ich statt des Orakels mich selbst fragte, was ich am liebsten sein wollte, entweder was ich bin oder was sie sind, das heißt, ob ich lieber wissen wollte, was sie gelernt, oder lieber wissen, dass ich nichts weiß, mir selbst und dem Gotte die Antwort gab, ich will bleiben, was ich bin. Die Sophisten, die Dichter, die Redner, die Künstler wissen ebenso wenig als ich, was war, was gut und was schön ist, allein mit dem Unterschied, dass diese Leute alle, obgleich sie nichts wissen, dennoch etwas zu wissen glauben, während ich, obgleich ich nichts weiß, doch daran ganz und gar nicht zweifle. So besteht also die ganze Überlegenheit an Weisheit, welche mir das Orakel zugestanden, bloß darin, dass ich vollkommen überzeugt bin, ich wisse das nicht, was ich nicht weiß. Hier sehen wir also, dass der nach dem Urteil der Götter weiseste unter den Menschen und der nach Meinung aller Griechen gelehrteste unter den Athenern, Sokrates, die Unwissenheit rühmt. Glaubt man etwa, unsere Gelehrten und unsere Künstler brächten ihn auf andere Gedanken, wenn er mitten unter uns wieder auferstehen sollte? Nein. Dieser rechtschaffende Mann würde fortfahren, unsere eitlen Wissenschaften zu verachten, er würde den Haufen Bücher mitnichten vergrößern, mit welchen man uns von allen Seiten überschüttet. Er hinterließe vielmehr, wie er es wirklich getan, seinen Schülern und unseren Enkeln nichts als das Beispiel und das Andenken seiner Tugend. Dies freilich ist die schönste Art, die Menschen zu unterrichten. Sokrates hatte in Athen angefangen und der ältere Kato fuhr in Rom fort, voller Ingrimm, die gekünstelten und spitzfindigen Griechen zu schmähen, welche die Tugend verführten und den Mut seiner Mitbürger aufweichten. Allein die Wissenschaften, die Künste und die Dialektik behielten dennoch wieder die Oberhand. Rom füllte sich mit Philosophen und Rednern, man vernachlässigte die Kriegszucht, man verachtete den Ackerbau, man hing Sekten an und vergaß darüber das Vaterland. Auf die heiligen Namen der Freiheit, der Uneigennützigkeit, des Gehorsams gegenüber den Gesetzen folgten die Namen des Epikur, des Zenon, des Arkesilaus. Seitdem die Gelehrten unter uns erschienen sind, sagten ihre eigenen Philosophen, sind die rechtschaffenden Leute verschwunden. Bis dahin hatten sich die Römer begnügt, die Tugend auszuüben. Als sie aber anfingen, sie zu erforschen, war alles verloren. O Fabritius, was hätte deine große Seele gedacht, wenn du zu deinem Unglücke wieder lebendig geworden wärst und die Pracht des durch deinen Arm erretteten Rom gesehen hättest, welches durch deinen verehrungswürdigen Namen mehr als durch alle deine Eroberungen zu Ruhm gelangt ist? Ihr Götter, hättest du gesagt, wo sind jene Strohhütten und jene bäurischen Herde, in welchen vormals Mäßigkeit und Tugend wohnten? Was für eine traurige Herrlichkeit ist auf die alte römische Einfalt gefolgt? Was ist dies für eine fremde Sprache? Was bedeuten jene Bildsäulen, jene Gemälde, jene Gebäude? O ihr Wahnsinnigen, was habt ihr getan? Ihr, die Beherrscher der Völker, habt euch zu Sklaven jener liederlichen Menschen gemacht, die ihr besiegt hattet? Sind's Redner, die euch regieren? Habt ihr Griechenland und Asien bloß darum mit eurem Blute benetzt, um Baumeister, Maler, Bildhauer und Possenreißer zu bereichern? Die Beute von Kartago fällt einem Flötenspieler in den Schoß? Ihr Römer eilt, diese Amphitheater niederzureißen, zerschmeißt diese Marmorfiguren, verbrennt diese Gemälde, vertreibt die Sklaven, die euch unterjochen und deren unselige Künste euch verderben. Andere Hände mögen sich durch nichtige Künste mit Ruhm bedecken. Die einzige Kunst, die sich für Rom schickt, ist, die Welt zu bezwingen und der Tugend darin die Herrschaft zu bereiten. Als Kineas unseren Senat für eine Versammlung von Königen ansah, war er weder durch eitle Pracht noch durch gesuchte Eleganz geblendet. Er hörte dort keineswegs jene nichtige Beretsamkeit, dieses Bemühen und den Reiz nichtswürdiger Menschen. Was sah denn also Kineas so Majestätisches? Oh, ihr Bürger! Er sah ein Schauspiel, welches weder eure Reichtümer noch alle eure Künste jemals bieten werden. Das schönste Schauspiel, das man jemals unter der Sonne erblickt. Die Versammlung von zweihundert tugendhaften Männern, welche Rom und die ganze Welt zu regieren würdig waren. Allein wir wollen aus diesen so entfernten Orten und Zeiten in unsere Gegenden zurückkehren und das betrachten, was vor unseren Augen geschehen ist. Oder wir wollen vielmehr die verhassten Gemälde entfernen, welche unser Zartgefühl verletzen und uns die Mühe ersparen, dasselbe unter andern Namen zu wiederholen. Ich habe den Geist des Fabritius nicht umsonst angerufen. Und was habe ich diesem großen Mann sagen lassen, welches ich nicht auch Ludwig dem Zwölften oder Heinrich dem Vierten hätte in den Mund legen können? Es ist wahr, bei uns hätte Sokrates keineswegs das Gift getrunken. Allein er hätte einen weit bittern Becher voll schimpflicher Verspottung und voll Verachtung trinken müssen, der noch ärger als der Tod selbst gewesen wäre. Hier sehen wir also, wie Luxus, Ausschweifungen und Sklaverei alle Zeit die Strafe der stolzen Bemühungen gewesen sind, durch welche wir uns aus der glücklichen Unwissenheit, in die uns die ewige Weisheit versetzt hatte, herauszureißen suchten. Der dichte Schleier, hinter welchem sie alle ihre Wirkungen verborgen hat, schien uns hinlänglich daran zu erinnern, daß sie uns nicht zu eitlen Untersuchungen bestimmt hat. Allein haben wir uns auch nur eine ihrer Lehren zunutze gemacht oder uns ungestraft aus dem Sinn geschlagen. Ihr Völker wisset also, daß euch die Natur vor der Wissenschaft hat bewahren wollen, so wie eine Mutter ihrem Kind eine gefährliche Waffe aus den Händen reißt, daß alle die Geheimnisse, welche sie vor euch verbirgt, ebenso viele Übel sind, vor denen sie euch bewahrt, und daß die Mühe, welche euch das Lernen kostet, nicht die geringste ihrer Wohltaten ist. Die Menschen sind verderbt. Allein sie wäre noch ärger, wenn sie zu ihrem Unglücke gelehrt geboren würden. O Tugend, erhabene Wissenschaft schlichter Seelen, bedarf es denn so vieler Mühe und so vieler Anstalten, dich kennenzulernen? Sind deine Grundsätze nicht in alle Herzen gegraben und ist es nicht, um deine Gesetze zu erlernen genug, daß man in sich gehe und auf die Stimme des Gewissens höre, wenn die Leidenschaften schweigen? Dies nun ist die wahre Philosophie. Wir wollen lernen, uns damit zu begnügen. Und ohne auf den Ruhm der berühmten Männer neidisch zu sein, welche sich in der Republik der Gelehrten unsterblich machen, wollen wir uns bemühen, zwischen ihnen und uns den rühmlichen Unterschied zu machen, welchen man ehedem zwischen zwei großen Völkern beobachtete, daß eins von ihnen wohl zu reden, daß andere wohl zu handeln wußte.